We've got some fresh new young talent. One, two, three, listen. Bam! Bald musst du dich entscheiden. Dein erster Job. Top oder flop? Du entscheidest, mit welchem Gesicht du morgens zur Arbeit gehst. Was willst du sein? Was kannst du gut? Wer bist du überhaupt? Und was willst du den ganzen Tag machen? Uff! Ganz schön viel zu entscheiden. Bravo hilft dir bei der richtigen Berufswahl und hat einen ganz konkreten Plan. In der siebten Klasse checkst du aus, was dich interessiert und was du besonders gut kannst. Check! Du kannst dich dann das erste Mal in einem Unternehmen ausprobieren. Action! Immer wieder schaust du gemeinsam mit deinen Lehrerinnen und Lehrern, ob das alles wirklich zusammenpasst oder ob du doch was ganz anderes willst. Bis der richtige Job gefunden ist, dauert es manchmal ein bisschen. Und das ist gar nicht schlimm, sondern voll normal. Wenn dein Beruf dir nicht gefällt, dann gefällt dir ein großer Teil deines Lebens auch nicht. Berufsorientierung ist also echt wichtig. Bei allem hilft dir Bravo. Von deinem Interesse über ein erstes Praktikum bis hin zur Bewerbung. Auch die Berufsberatung unterstützt dich und du kannst in einem persönlichen Beratungsgespräch wichtige Fragen klären. Denk dran! Das Fresh New Young Talent bist du! 5, 2, 3... Alright, hit it. Untertitelung des ZDF, 2020